In der Kirche müssen wir ein Social Place werden, also ein Social Event im Sinne, nicht von Jubel, Trubel, Heiterkeit, aber wo die Leute etwas Soziales erleben und finden, wo ihnen sonst die Fälle in dieser Zeit, wie wir sie jetzt haben, die Hektik, also ich meine, es ist ja sehr eine Zeit, wo ein Wettbewerb ausgelegt ist und das hat mir total schön gedunkt, oder, als ich das gehört habe, ich hatte das Gefühl, dass es mir vorgekommen ist, dass es mir immer so vorbezieht, Beziehungen oder Gemeinsamkeiten müssen funktionieren wie ein Katzenkörbchen, oder? Die Katzen gehen in das Körbchen und sind zusammen dort und fühlen sich geborgen und sind dann wirklich zusammen ganz eng, auch wie sie liegen, ineinander hinein, aber jedes geht wieder raus, oder? Und hat sein eigenes Leben und Beziehungen oder Gemeinsamkeiten müssen so sein und unter dem, dass er gesagt hat, die Kirche müsste so ein Social Place sein, ist mir auch, dass es mir immer kommt, etwas, woran man gerne hingeht, weil man etwas erlebt und spürt, was man sonst nicht mehr hat.